Nexonites Besen des Untergangs Ah, nicht schon wieder. Ava, unser Trainingsraum spinnt wieder. Erzähl mir was Neues. Ich versuche ihn schon seit Stunden zu reparieren. Ich finde den Fehler nicht. Vielleicht müssen wir ihn nur mal wieder richtig, äh, aufräumen. Und dafür habe ich genau das Richtige. Malok, was soll das werden? Pass gut auf! Nexo-Kraft, Wesen des Untergangs! Gute Arbeit, Murloc.